Wir waren in der letzten Folge in unser schönes Meeresloch mit dem auch dabei rein weil mir ist einfach passiert wo ich hier hin komme Und wie viel paar Sachen noch farmen Jedenfalls ist es nicht spannend Ich will hier mal gucken Schwierig tät nochmal Wenn wir fast keine Viecher spawnen Das ist echt traurig Ich will hier mal gucken Ich will hier mal gucken Ich will hier mal gucken Mal gucken Dass sich der Spannes versteckt Wir sind hier schon tot in der Wir müssen nur weiter Ich will hier mal gucken Ich will hier mal gucken Nun Mal gucken Genau Mh Jetzt da leuchtet schon das Wasser Problem du löst Problem du löst Hmm. So, da fuhre ich nicht mehr langbuddeln ohne mit dem Wasser hier rein zu buddeln Weiterschaufeln Hmm Es ist ja sowas von spannend Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja So Mal tun was ich Hier so versteckt Was ist das? Hmm 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 Das ist ja auch Hübschus Ja, auch hübsch Ja, sowas witzig ist vor Ich habe keine Arschluss Und jetzt Ich habe keine Arschluss Ich habe keine Arschluss Ich habe keine Arschluss Hmm. Hmm. Töne ich hier nur raus. Huppe, sowieso schon wird eine Fahne mehr. Ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.